Hallo YouTube-Freunde, ich bin für euer kleinen Helio-Hopik-Gegner-Manuel. Kann man sagen, fast schon alles Mögliche mache ich schon. Wieso alles Mögliche? Ja. Klein bisschen Information. Ihr habt gesehen gehabt, ich mache auch Live-Stream. Diesmal mit Simulator-Spiele nur, offiziell. Ich mache auch, ja, Garten, Aquarium, Tiere und Live-Stream mit, ähm, Landschaftsvideonato-Spiele. Ähm, ich habe Zeitlang 2013er und ich 2012er, weil ich habe, ähm, wenn habt ihr sowas Interesse, konnt ihr gucken, weil ich will mehr gerne Abonnenten haben. Und ich will jetzt alles Mögliche machen, wie, auch im Garten, draußen Matur zeigen, über Aquarium-Thema, über Thema, PC-Spiele, was, ähm, nur mit, ähm, Simulator zu tun hat. Ähm, mit, nur mit Simulator-Spiele, mit, ähm, wie kann man so sagen? Mal gucken, was ich alles kann, spielen, äh, Senator-Spiele nur. In irgendein Fall nur, mit mal Senator-Spiele. Es gibt Ecke für Senator, es gibt Bus-Senator, es gibt Zug-Senator, Flugzeug-Senator und es gibt Schien-Sorten-Senator-Spiele. Ich habe sowas nicht alles, aber wird überraschen lassen. Ich, erst mal, ich zeige erst mal 2013er, den alten Senator-Spiel. Und, ähm, ja, und ich schon mal Bescheid weiß, ich mache auch Senator-Spiele-Sets. Und, ja, Garten ist zeitlang bei mir nicht zu tun. Ich fixe, ich habe heute einen Gartenplaner gemacht, so wieder neu. Und, ja, den darf ich nicht zeigen, meinen Gartenplaner. Weil, das ist geheim. Das ist ein Geheimnis. Okay, ähm, in irgendein Fall, ich mache jetzt schon mal Bescheid weiß, ihr, ihr habt bestimmt gewundert, gestützt, hey, dieser Manuel macht plötzlich Peter-Serenator-Spiele-Livestream. Das passt nicht irgendwie bei ihm. Ja, ich habe auch etwas dabei geschrieben, auch. Ähm, ich weiß nicht, ich mache meinen Livestream. Senator-Spiele. So gemacht. Ich fange ihnen was ab, ich bin, ich, ihr kennt ja meine Schriften. Ich schreibe auch manchmal malo-elig. Und, ja. Dass ihr schon mal Bescheid wisst, ihr. was ich mache nicht nur ja im Garten hätte ich gerne schon gedreht aber wisst ihr ich habe eine empfindliche Kamera und diese empfindliche Kamera ist ein Wetter und meine empfindliche Rüstung gehe ich nicht so gerne da draußen bei so einem schlechten Wetter wie Schnee ist es ja aber mir ist noch Schnee sonst hätte ich gerne so vieles gezeigt noch im Garten ah ja ich sage schon mal tschüss ciao euer kleiner Manuel und viele Sachen noch viel mehr noch und ähm ja das war's und ich schon mal Bescheid weist ich Bescheid weist jetzt schon mal was ich mache noch was ich mache noch